Da staunst du, nicht wahr? Sie hat sich zwar von dir getrennt, aber nicht, weil sie dich nicht mehr liebte, sondern weil du ihr das Gefühl gegeben hast, nicht die richtige Frau für dich zu sein. Aber eigentlich müsstest du selber das ja besser wissen als ich. Warum? Dann bemühe ich mich um sie. Tauchte lange ihr aus unserer alten Bekanntschaft. Mehr wurde. Monate darauf erfuhr ich etwas, was mich zunächst erschreckte, dann aber in maßlose Wut versetzte. Ich erfuhr, dass Gisela und ich ein Kind gehabt hätten. Sie hat es nicht gewollt. Deinetwegen, weil sie dich noch immer liebte, dann hat Kun sie erpresst. Du solltest umgebracht werden, wenn sie nicht mitmachen würde. Das war Kunstplan, nicht meiner.